Servus und Grüße zu einer neuen Wochenwettershow vom 31. März bis Ostermontag, den 6. April für das Ötztal. Der März brachte uns unterm Strich viel Sonne und schon milde Temperaturen. Und durch den vielen Schnee des Winters blieben die Wintersportverhältnisse exzellent. Und ausgerechnet die Zielgerade Richtung Ostern versorgt uns noch einmal mit viel Neuschnee, besonders in den Hochlagen. Und wir blicken zurück und kriegen Gänsehaut. So sah es auf der Livecam-Obergurgel aus. Schnee, Sonne und eine traumhafte Sicht. Und genau so wird es auch mittelfristig weitergehen mit viel Schnee und nach Ostern dann auch mit Sonnenschein. Nur der Dienstag, der bekommt eine Delle. Hier befinden wir uns im sogenannten Warmluftsektor eines Sturmtiefs. Vorübergehend steigt die Schneefallgrenze an. Bis zum Abend sinkt sie dann wieder ab. Es ist ein ungemütlicher Tag, aber dann kommt der Schnee zurück. Obergurgel, Hochgurgel hat ein weiteres Juwel. Seit der Wintersaison 2013-14 hat der Diamant der Alpen den ultimativen Snowpark-Obergurgel eröffnet. Die Parkdesigner des Kuhparks haben in der Nähe des Brugenbodenlifts ein Setup ins Skigebiet gestellt, das den Namen Funpark nur wirklich verdient. Ob Snowboarder oder Skifahrer, Anfänger oder Fortgeschrittene, der Snowpark bietet jede Menge Fun. Zwei Profi-Shaper kümmern sich darum, dass der Park immer aufpoliert dasteht. Diamantenmäßig eben. Weitere Infos finden Sie unter snowpark-obergurgel.com. Und weiteren Schnee, der kommt vom Himmel. Von Mittwoch bis Freitag schneit es mehr oder weniger ohne Unterlass. Besonders im Hochgebirge in den Tälern gibt es ein paar Schneepausen bei Temperaturen von um die 0 Grad. Es sind aber insgesamt sehr winterliche Tage und das bedeutet, die Wintersportverhältnisse bleiben traumhaft. Sie kennen die Fun-Zone Gigi-Joch bereits. Auf 2.282 Meter Höhe werden schon die ganze Saison über spektakuläre Partys mit Live-Acts und DJs gefeiert. Am Karfreitag, den 3. April ist es wieder soweit. Ab 13 Uhr ist Top-Stimmung angesagt. Und Top geht es auch weiter mit dem Wetter. Am Karsamstag schneit es ebenso noch an Ostern selbst. Wobei an Ostern, gerade am Ostermontag, die Schneefälle voraussichtlich nachlassen werden. Und danach geht es sonnig weiter. Und da ist meine Frage an Sie Herausforderung gesucht. In Sölden können Sie an Ihre sportlichen Grenzen gehen. Da kriege ich direkt Gänsehaut. Bei der Big 3 Rally, einer grandiosen 50-Kilometer-Runde durchs Skigebiet. Als erster und einziger Ski-Rot in Österreich bietet Sölden gleich drei Dreitausender. Big 3, das sind der Geißlach-Kogel, der tiefen Bach-Kogel und die schwarze Schneid am höchsten mit 3.340 Meter. Und das sind die Wahrzeichen im Skigebiet Sölden und wohl auch die Wegweiser für die Erlebnisarchitektur. Für Wintersportler ist die Big 3 Rally eine Sightseeing-Tour und Herausforderung zugleich. In einer Tagesrunde können Sie die drei weißen Riesen erliften und befahren. Infos dazu natürlich unter Sölden kommen und in allen Skischulen. Und mit diesen kurzweiligen und durchaus noch einmal sehr, sehr winterlichen Aussichten wünsche ich Ihnen eine schöne Urlaubswoche im Ötztal sowie ein schönes und gesegnetes Osterfest.